Ihr dürft euch hinsetzen. Ein neues Jahr und ich möchte heute aus 2. Chronik 15, 16 lesen. Und da steht, Asa entließ sogar seine Mutter Marsha aus ihrer Stellung als König. Wir haben hier die Geschichte, wo ein Prophet zu dem König Asa kommt. Und er sagt ihm, das, was ihr gerade hier lebt, das ist mit Israel schon sehr oft passiert. Sie verlassen den Weg Gottes, das Wort Gottes und dann müssen sie erstmal in Not raten und dann suchen sie Gott. Gott lässt sie finden und jetzt ist es genauso. Ihr müsst Mut haben, ihr müsst dranbleiben und wieder das Haus in Ordnung bringen. Und der Prophet sagt, sei stark und mutig, um das wieder neu aufzubauen. Und König Asa nahm Mut zusammen und fing an, diesem Reich in Ordnung zu bringen. Er entfernte alle Götzenbilder aus dem Gebiet und setzte sogar seine Mutter aus der Stellung des Königs ab, weil sie Götzenbilder auch hatte. Das Haus in Ordnung zu bringen bedeutet, Personen oder Sachen die richtige Macht über unsere Familie, über unser Leben zu geben. König Asa verlässt seine Mutter nicht. Er nimmt ihr nicht die Ehre weg, aber er nimmt ihr die Macht, die sie in seinem König hatte. Hier hat das Volk Gottes sich wieder vom Wort entfernt. Sie hatten jetzt die Gedanken und Maßstäbe dieser Welt genommen. Und wenn wir Gottes Wort nicht auch in unserer Familie vor Augen haben, werden wir sehr schnell von dieser Welt beeinflusst werden. Es können Dinge sein, die nicht einmal schlecht sind. Die Macht über unsere Familie ausüben können. Zum Beispiel das Geld. Eine gute Sache. Aber der Kauf, vielleicht jetzt von Lottokarte, gibt mein Geld eine Macht, die nicht auf dem Wort Gottes basiert ist. Oder wenn ich Schulde mache, um ein besseres Leben zu zeigen. Manchmal ist das einfach nur, um vielleicht meinen Kindern das zu geben, was wir nicht hatten. Vielleicht sogar mit guten Absichten. Aber das ist nicht im Wort Gottes basiert. Oder die Arbeit. Immer und immer mehr arbeiten, um mehr und mehr zu haben. Selbst Kinder. Kinder sind ein Segen. Aber wenn Kinder mehr Macht zu Hause haben, als sie sollten, dann werden sie zu Götze. Und es entsteht dann auch kein Segen. Zum Beispiel, wenn mein Kind mir um etwas bittet, was wir als christliche Eltern nicht geben sollten. Wir wissen, das ist ein Nein. Und wir sagen es auch dann weiter. Wir sagen Kindern, nee, so funktioniert das nicht. Das Kind akzeptiert dieses Nein nicht. Und sie wird versuchen, immer wieder zu überreden. Sie bringt eine Lösung für jedes Hindernis, den wir gegeben haben. Und ehe wir uns versehen, sagen wir ja. Wir wollten es nicht. Wir hatten uns entschieden. Nein. Das ist ein klares Nein. Aber das Kind kommt mal zum Vater, kommt mal zur Mutter. Und es ist alles sehr subtil. Wahrscheinlich steht sogar der Vater dann mit einer Meinung, die Mutter mit dem anderen. Wir wurden ausgespielt. Sie hatten nicht unbedingt böse Absichten, aber sie hatten eine größere Macht, als ein Kind zu Hause haben sollte. Manipulation ist einer der größten Übel in der Familie heutzutage. Die Tochter kommt zu der Mutter und sagt, du verstehst mich nicht. Wenn du mich lieben würdest, würdest du genauso sein wie alle anderen Mutter, die ihre Kinder lieben und das tun oder das geben. Oder ja, einer verbietet das Handy für eine Zeit als Strafe, aber die Eltern halten es nicht aus und geben doch das zurück. Manipulation kann eine sehr große Kraft ausüben. Meistens ist sie da, wenn das funktioniert bei den Kindern, dann werden sie es immer wieder machen. Oder wenn selbst die Eltern sehr manipulieren und diese Macht nicht aus ihr Leben selbst entfernt haben. Oder das Kind, ja, man sagt, mein Kind ist so süß, mein Kind ist so liebevoll, ja, aber es ist ungehorsam. Und ungehorsam ist sagen, ich mache es nicht, wie du willst, ich mache es so, wie ich will. Und das kann eine sehr große Macht, sehr große Kraft haben. Das Kind übt eine Macht aus, die sie nicht haben sollte. Ich sage nicht, dass wir nach einem perfekten Haus streben sollten, das gibt es nicht. Jeder, der ein Haus hat oder sich um ein Haus kümmert, weiß, dass man nichts tun muss und das Schmutz wird kommen. Du kannst ein Haus tagelang geschlossen lassen und der Dreck dringt an. Oder wenn du vielleicht einen Garten hast, ja, du weißt, wie schnell dieser Unkraut wächst. Man platzt schöne Blumen, aber die meiste Zeit verbringt man, indem man das Unkraut entfernen muss, ja, den man nicht gepflanzt hat. Das kommt von alleine. Ich weiß noch, letzten Sommer versuchte ich, uns im Rasen schön grün zu lassen. Und der Boden fing an, Unkraut nach Unkraut zu wachsen und ich setze mich hin und fing an, ein nach dem anderen versuchen zu entfernen. Und meine Nachbarn sah das und sie kam zu mir und sagte, Frau Löwen, was machen Sie da? Das war irgendwie peinlich, lächerlich zu sehen, wie ich da ein paar Quadratzentimeter versuchte wegzunehmen, wenn ein ganzer Rasen voll war. Aber irgendwo musste ich anfangen. Die Wahrheit ist, dass wir wissen, dass etwas, wenn etwas zu Hause nicht stimmt, vielleicht wollen wir es nicht sehen, vielleicht wollen wir nicht korrigiert werden, aber wir wissen, wenn wir etwas entfernen sollten. Von außen Maske ist sogar gut aussehen, ja, sei es alles in Ordnung, aber ja, es sind so viele Sachen, wo Gott uns zeigt, denen wir auch putzen sollen. Es ist sehr oft, wenn man glaubt, ich habe das geschafft, ja, habe ein Problem gelöst, dann taucht ein anderes auf, wenn man glaubt, dass der Rasen jetzt grün ist. Nächsten Sommer bekommt man neue Unkraut, die man nicht einmal kannte. Und so ist es, wenn man glaubt, dass ein Problem des Kindes gelöst zu haben, kommt ein anderes. Aber das ist auch Gottes Plan, dass wir dadurch wachsen, dass wir unsere Kinder dadurch auch, unsere Kinder und wir uns verändern lassen. Der Prophet kommt zu König Asam und er sagt, sei mutig, sei stark und gebt nicht auf. Und er sagt, denn euer Tun soll belohnt werden. Es gibt sehr viel Arbeit, das Haus in Ordnung zu bringen, zu putzen und Dinge aufzuräumen zu Hause, was wir wissen, dass es auch nicht Gott gefällt. Aber es ist Zeit, dass wir Anfang des Jahres auch auf das schauen, das Haus in Ordnung zu bringen, die Götze zu entfernen, allem seine richtige Macht zu geben. Er fordert Arbeit, viel Mut, aber es gibt eine große Belohnung. In Markus 3, 27 sagt, niemand kann in das Haus des Starken eindringen und sein Haus da rauben, wenn er nicht vorher der Starken gebunden hat. Und dann wird er sein Haus berauben. Wie kann ein starker Mann beraubt werden? Wenn etwas, das stärker ist, das mehr Macht hat als er, das ihn damit befestigt und er dann beraubt wird. Simson war ein starker Mann, aber er wurde beraubt, weil er zuließ, dass etwas stärker war als er. Und das war die Macht einer Frau. Noah, Gott sagt von ihm, dass er ein frommer und untadeliger Mann war. Und er gehorchte Gott und er baute eine Arche da, wo er nicht einen Tropfen Ozean gesehen hatte. Aber eines Tages pflanzte Noah ein Weinberg. Und er trinkt davon und er wird betrunken. Und er legt sich nackt im Zelt. Sein Sohn sieht es und Noah verflucht ihn. Alles, weil es etwas da gab. Weil das mächtiger war als seine Stärke. Viele, ja, vielleicht kann einer sagen, aber Alkohol ist kein Problem bei mir. Ja, ich kann mich beherrschen. Vielleicht tut er das. Aber vielleicht ist das für sein Kind, ja, das mit Alkohol zu Hause aufwächst. Nicht so einfach. Viele Familien haben sich schon entschieden, ohne Alkohol zu Hause zu haben, zu leben. Und bei uns ist es auch so. Wir werden dem Herrn dienen und wir wollen nicht, dass etwas uns bedroht, der stärker sein könnte als wir selbst. Ich weiß, dass wir einmal Besuch zu Hause hatten. Und das Besuch ging kurz weg. Und ich wollte schnell noch das Zimmer dann aufräumen. Und ich fand eine Flasche Bier im Müll. Und die Person wollte dieses Bier dann in seine Heimat mitnehmen. Und weil sie wusste, dass wir kein Alkohol zu Hause hatten, dann hat sie es im Müll versteckt. Als ich gesehen habe, dachte ich mir nur, es wurde im richtigen Platz versteckt. Ja, im Müll. Müll kommt weg. Und ich habe es gleich aus dem Haus gebracht. Ich weiß, viele sagen, ja, aber wenn wir es zu Hause nicht erlauben oder wenn wir es verbieten, dann werden sie es draußen machen. Und deshalb sollte ich es zulassen, dann werden sie drinnen und draußen machen. Wenigstens, wenn ich zu Hause einen Maßstab Gottes bringe, dann lernen sie mindestens zu Hause, einen Maßstab zu haben. Sonst werden sie es überhaupt nicht einmal kennenlernen. Genauso mit christlichen Liedern. Unser Haus ist erfüllt mit christlichen Liedern. Werden sie vielleicht draußen was anderes hören? Ja, wahrscheinlich schon. Aber es wird mindestens gezeigt, dass es einen Maßstab Gottes gibt. Und dass wir mehr Gott gefallen in unserem Haus, auch als die anderen. Selbst wenn diese anderen unsere eigenen Kinder sind. Asa empfing das Wort Gottes. Er fasste Mut und brachte das Haus in Ordnung. Leider ist das Ende von König Asa nicht so schön wie die bisherige Geschichte. Denn er hatte etwas auch, das stärker war als ihn. Und das war der Vertrauen an Sache dieser Welt. Wir dürfen Gott erlauben, uns Dinge zu zeigen, die in unserem Haus stärker sein könnten als wir selbst. Und Gott bitten, dass er uns Mut gibt. Und er wird geben, dass wir unser Haus in Ordnung bringen und das entfernen, was nicht in Ordnung da ist. Was Gott nicht die Ehre bringt. Amen. Lieber Gott, wir danken dir dafür. Du bist so lebendig. Ja, dein Wort ist lebendig. Und er zeigt uns heute auch, wie wir mit unserer Familie in diesem Jahrhundert leben können. Herr, es gibt so viele in dieser Welt, die versuchen, uns zu beeinflussen. Unsere Kinder sind in der Schule, in der Arbeit und sie werden mit so vieles anders konfrontiert. Und ich bete, Herr, selbst wir, wenn wir im Gespräch mit anderen sind, dass wir gleich erkennen, was dein Maßstab ist, was in deinem Wort, was du für unsere Familie möchtest. Herr, wir wollen uns nicht mit dieser Welt umstellen, Herr. Wir wollen wirklich erkennen, was du für uns hast, diese neue Meinung, Herr, von dir. Und ich bete dich, Herr, lehre du uns immer und immer mehr. Was möchtest du für uns? Dass wir nicht uns Gedanken oder sogar Angst haben, Herr, vor unsere Kinder, vor dieses Neues, was du uns bringen willst. Sondern, dass wir mutig sind und wissen, wir haben einen Gott zu gefallen. Und du wirst uns belohnen, wenn wir auch nach deinem Wort halten, Herr. Wir segnen unsere Familien, Herr, für diesen neuen Jahr, Herr. Wir beten für Kraft, Herr, wir beten für Mut in jeder Familie, Herr, dass wir nach deinen Prinzipien, nach deinem Maßstab leben möchten, Herr. Und alles anderes lassen wir sein, weil du uns führen und leiten wirst. Deine ist die Wahrheit und in dieser Wahrheit leben wir. Im Namen Jesu. Amen. Amen.